Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex und heute mit der Antwort auf die Frage, die wohl am meisten gestellt wurde in den letzten Tagen. Viele von euch haben mich gefragt, Alex erzähl mal, wie ist es eigentlich, wenn ich Coins habe, wo kann ich sie am besten speichern, wo kann ich sie am sichersten speichern und diese Fragen beantworten wir heute. Welches Wallet ist für mich eigentlich persönlich am besten geeignet, welches ist sicher, zuverlässig und vor allem möglichst kompatibel. Das Ganze sehen wir uns heute gemeinsam einmal an und werden da auf zwei Alternativen eingehen. Ja, wenn noch weitere Fragen sind zu dem Thema, gerne in die Kommentare, ich habe auch einige Videos dazu, am Ende des Videos werde ich mal darauf hinweisen oder ich werde es auch verlinken. Wichtig ist für mich, dass wir es erstmal oberflächlich verstehen. Die tiefgründigeren Fragen, die werden wir vielleicht nochmal in einem zweiten gesonderten Video genauer behandeln. Aber heute geht es erstmal darum, dass ihr so ein bisschen die Möglichkeiten aufgezeigt bekommt. Gut, genug der Worte. Auf geht's. Wir schauen uns einmal an, welche erste Möglichkeit es gibt. Nämlich als allererstes haben wir die Möglichkeit, Kryptobörsen zu nutzen, also sprich die Exchanges. Die, die eigentlich die Coins verwalten, wo ihr die Coins tauschen könnt, handeln könnt und so weiter, sind im Prinzip in der Mitte angezeigt, so die größten und bekanntesten. Sicherlich habt ihr den einen oder anderen Namen schon mal gehört. Bittrex ist dabei, Coinbase, Poloniex, Kraken, aber auch zum Beispiel Huobi. Ja, es ist natürlich jedem selbst überlassen, welche Börse ihr persönlich bevorzugt. Der Riesenvorteil auf den Börsen ist generell erst einmal, dass ihr auf dieser Börse meistens Multi-Wallets habt. Das heißt, ihr habt auf dieser Börse ganz, ganz viele verschiedene Wallets, die super einfach einzurichten sind. Der Nachteil ist allerdings, dass ihr alles zentral bei der Börse speichert und die Börse quasi nur euer Aufpasser ist, denn ihr habt keine Private Keys, wenn ihr die Coins oder die Token, die ihr habt, auf den Börsen speichert. Private Key, ganz kurz dazu vielleicht, ist sozusagen eine Art Besitzurkunde. Also ihr seid sozusagen die Inhaber von einem gewissen Wallet und ihr könnt es mit dieser Private Key nachweisen. Mal ganz einfach gesprochen. Und wenn ihr diese Private Key natürlich nicht besitzt, dann ist dementsprechend auch das Eigentum nicht bei euch. Das heißt, ihr könnt zwar die Coins besitzen und damit rumhantieren auf der Börse, praktisch gesehen oder rechtlich gesehen wären sie aber Eigentum der Börsen, solange ihr sie auf den Börsen habt. Von daher ist das meiner Meinung nach nicht unbedingt die beste Lösung langfristig betrachtet, die Coins die ganze Zeit auf den Börsen zu lassen, zumal viele Börsen in den letzten Wochen, Monaten und Jahren auch schon gehackt wurden. Falls ihr es trotzdem tun wollt, zeige ich euch jetzt einmal kurz ein Beispiel und zwar das Beispiel an Bittrex.com. Ich persönlich nutze Bittrex sehr häufig und sehr intensiv. Ich finde die Seite ziemlich cool. Man kann dort sehr, sehr viele Währungen handeln, meiner Meinung nach auch mehr als auf allen anderen Börsen. Und Bittrex ist auch schon relativ lange am Markt. Das Ganze funktioniert wie folgt. Ihr geht als allererstes einmal auf Bittrex.com. Dort registriert ihr euch ganz simpel, indem ihr auf Sign-up klickt. Dann gebt ihr eben eure Wunsch-E-Mail-Adresse an, die darf noch nicht vergeben sein. Gebt dann euer Passwort ein und bestätigt dieses Passwort nochmal. Drückt dann auf Sign-up und dann erhaltet ihr eine E-Mail oder die Meldung, dass eine E-Mail an euch gesendet wurde zur Registrierung. Ihr kennt das ja sicherlich, das Verfahren. Klickt dann auf den Link in der E-Mail und verifiziert sozusagen, dass ihr der Inhaber des E-Mail-Accounts seid. Somit könnt ihr euch dann dementsprechend bei Bittrex bestätigen und könnt dann quasi starten. Als nächstes könnt ihr dann auf Login gehen und seht dann eben die Möglichkeit, eure Daten einzugeben und starten dann. Ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich habe das Ganze schon mal so ein bisschen vorbereitet für euch. Ich bin jetzt mal hier bei Bittrex auf der Startseite. Nachdem ihr also auf Login gedrückt habt, öffnet sich direkt diese Seite hier. Auf Bittrex selbst sieht man hier einmal die verschiedenen Währungen. Also man sieht alles, was man in Bitcoin handeln kann. Man sieht, was man mit Ethereum handeln kann oder eben auch mit Fiat-Währungen. Also sprich in diesem Fall US-Dollar. Ihr könnt also hier alles Mögliche handeln. Ihr könnt theoretisch auch nochmal Suchbegriffe eingeben. Meinetwegen, wir geben jetzt mal ein NEO. So, dann sehen wir, aha, NEO. Oder ihr gebt mal hier ein Dogecoin als Beispiel. Aha, dann sehen wir direkt Dogecoin. Und jetzt könnten wir direkt mit einem Klick darauf auf diese Börse handeln. Das ist natürlich ein gesondertes Thema. Ich werde jetzt nicht viel aufs Trading hier eingehen oder wie das Ganze generell funktioniert. Aber wer von euch schon mal auf Börsen war, der wird sicherlich schnell damit klarkommen. Falls es gewünscht wird, mache ich sonst nochmal ein separates Video. Ja, viel wichtiger ist jetzt aber, wenn ihr also auf der Startseite seid, seht ihr hier oben rechts verschiedene Reiter und unter anderem auch den Reiter Wallets. Und der interessiert uns jetzt speziell. Wir sehen also hier schon mal eine Auswahl. Jetzt ist hier aber zum Beispiel kein Ethereum zu sehen. Jetzt gebe ich hier oben bei Search Ethereum ein. Aha, und schon sehe ich, okay, Ethereum oder Ethereum Classic. Sehr gut. So, machen wir mal hier wieder. Okay, jetzt mal ein Beispiel. Ah, er will nicht, er will immer das Wort korrigieren. So, jetzt mal ein Beispiel. Jetzt möchten wir zum Beispiel eure Ethereum Token, die ihr habt, oder euer Ether, möchten wir jetzt gerne hier einzahlen. Dann klickt ihr ganz einfach auf Plus. Und wenn ihr noch kein Wallet erstellt habt, steht hier noch keine Adresse. Das heißt, ihr müsst einmal hier unten dann auf New Address gehen. Jetzt wird eine Adresse generiert. Meistens dauert das nur ein paar Sekunden. Schauen wir mal, ob es jetzt schafft. So, jawohl, hat geklappt. Jetzt haben wir hier also eine Ether Wallet erstellt, also eine ID, auf die ihr jetzt eben von eurem Freund oder von demjenigen, dem ihr etwas verkauft oder von dem ihr jetzt Ether erwartet, könntet ihr ihm sagen, hey, bitte überweist die Ether an die und die Adresse, in diesem Fall an diese Hex-Adress. Und diese Adresse würdet ihr dann kopieren, ihm mitteilen und er würde euch dann was einzahlen auf diese Adresse. Das heißt also, ihr habt dann hier nach einer Zeit eben die Möglichkeit, ziemlich einfach Wallets zu erstellen. Jetzt wollen wir das gleiche mal für Ethereum Classic machen. Auch hier eine neue Adresse generieren. Das Ganze wieder, Moment, ja, nochmal einen Moment warten. Und dann werdet ihr gleich sehen, wird auch hier eine Adresse erstellt. Im Prinzip ist es dann so, genau, hier seht ihr sie jetzt. Im Prinzip ist es also ziemlich simpel und das Ganze könnt ihr theoretisch jetzt mit allen Coins machen, die euch interessieren. Cool, das ist also ziemlich einfach. Ich hoffe, es ist soweit verstanden. Wenn noch Fragen dazu sind, schreibt mir gerne in die Kommentare. Jetzt gehe ich mal mit euch zurück auf die Präsentation. Und wir starten einfach mal wieder oder machen hier weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Reingeschaut haben wir. Jetzt gucken wir uns mal die Alternative an. Also jetzt haben wir ja festgestellt, die Börsen sind cool. Man kann viel handeln, man kann schnell handeln. Nachteil eben, ihr seid nicht die Inhaber des Private Keys. Somit sind sie eigentlich Eigentum der Börse, solange ihr sie auf den Börsen lasst. Und damit wir sie irgendwo anders hinschicken können, brauchen wir eine Alternative. Und das wäre in diesem Fall jetzt hier die meiner Meinung nach sicherste Alternative, Hardware Wallets. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt jetzt die Wallets nicht mehr digital auf eurer Internetseite oder auf irgendwelchen Online-Börsen, sondern ihr habt sie quasi auf einem externen Medium, sowas wie ein USB-Stick. Und das ist das Prinzip dahinter. Ihr könnt also quasi eure einzelnen Coins auf einen USB-Stick ziehen. Ich nenne es mal USB-Stick. Es ist im Prinzip noch ein bisschen umfangreicher. Aber dieser USB-Stick würde dann eben extern eure Coins speichern. Und ihr könnt das Ganze aus dem Rechner wieder rausziehen und habt sie quasi greifbar in eurer Hand auf eurem Stick. Die beiden bekanntesten Sticks, die es aktuell gibt, sind einmal Trezor und einmal Ledger Nano S. Ledger Nano S ist auch der, den ich schon einmal in einem Video gezeigt habe. Den benutze ich persönlich und ich bin ziemlich begeistert davon. Also erhält, was er verspricht. Trezor hat ein Kollege von mir. Er ist auch davon begeistert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Ansichtssache, welchen ihr besser findet. Dann kommen wir mal zu den wichtigen Punkten. Die Hersteller an sich sind, glaube ich, relativ einleuchtend. Wir haben einmal Ledger und einmal Satoshi Labs. Das sind die beiden Firmen, die dahinter stecken. Und Ledger hat eben verschiedene Modelle. Und das gängigste oder meiner Meinung nach beste und günstigste Modell ist da der Nano S, zumindest was Preis und Leistung betrifft. Ja, hier seht ihr mal eine kurze Übersicht für die Technik-Affine unter euch, was der Coin alles unterstützt. Und hier ist zum Beispiel auch der Punkt erwähnt, Altcoins werden unterstützt. Das muss ich aber schon mal gleich vorab sagen. Altcoins sind ein sehr umfassender Begriff. Das sind also quasi alle Coins, die nicht der Bitcoin sind. Und ich muss gleich vorab sagen, alle Altcoins könnt ihr nicht auf diese Sticks tun. Sondern die Sticks haben natürlich nur gewisse Kompatibilität. Ich hoffe, das Wort ist richtig. Ansonsten korrigiert mich gern. Ja, also welche Coins werden unterstützt? Und hier seht ihr einfach mal eine kurze Auflistung. Beim Ledger Nano S habe ich euch mal grafisch dargestellt, welche Coins aktuell alle unterstützt werden. Das bedeutet, ihr könnt also quasi direkt die Währungen von den Börsen auf den Stick ziehen und ihr könntet sie dann eben, wie auf dem Display hier zu sehen, per normalem LED-Display, könnt ihr dann eben genau sehen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel 0,124 Bitcoin. Das sieht man jetzt hier in diesem Beispiel auf dem Foto. Genau. Prinzipiell sind diese Coins hier nochmal, falls ihr die Logos nicht kennen solltet, seht ihr hier nochmal, welche Währungen sich dahinter verbergen. Es sind prinzipiell alle gängigen Währungen, aber es sind eben nicht alle. Und das ist das einzige Problem, was ich aktuell sehe, dass man auf diese Sticks viele bekommt, aber eben nicht alle und somit leider nicht sein ganzes Portfolio absichern kann. Der zweite Stick wäre hier jetzt der Trezor. Eben wie gesagt, ähnliche Systematik. Auch hier ein Stick, der wird an den Computer geschlossen und lässt sich dann so ein bisschen per Mini-Display steuern. Und auch hier sehen wir mal, welche Coins unterstützt werden. Wir sehen hier zum Beispiel, einige werden direkt von Trezor Wallet, also direkt von diesem Stick unterstützt, einige aber nur mit Hilfe von einem Online-Portal und das ist hier zum Beispiel MyEtherWallet. Ich zeige euch gleich ein bisschen mehr dazu. Wir gehen auch gleich einmal bei MyEtherWallet rein. Und dieser Stick ist also eigentlich eher so zweiseitig zu betrachten. Einerseits kann man viele Coins direkt auf dem Stick speichern, andererseits braucht man den Stick sozusagen als eine Art Dongle, damit er eben auf der Internetseite MyEtherWallet.com sozusagen anstelle eines Passworts euch verifiziert. Ihr könnt ihn also als eine Art Dongle benutzen, dass er eben euch ja wie so ein Passwort dient. Und den Link zu der Tabelle habe ich hier mal reingetan. Und ja, ich denke mal, damit werdet ihr ziemlich einfach zurechtkommen. Wir gehen da auch gleich einmal rauf auf MyEtherWallet. Schauen wir es uns einmal an. So, hier seht ihr mir die Startseite. Also ihr geht auf MyEtherWallet.com. Bitte achtet ganz genau auf die Schreibweise. Es gibt extrem viele Leute, die versuchen, die Seite hier zu fälschen. Also achtet darauf, dass erstens HTTPS vor dem Link steht und zweitens auch, dass das hier richtig geschrieben ist. Die Standardseite sieht so aus, aber die wird theoretisch ziemlich schnell auch zu fälschen. Also bitte immer erst auf den Link gucken, bevor ihr hier irgendwas macht. Wenn ihr euch eine Wallet erstellen wollt, ist es ziemlich einfach. Wie das funktioniert, habe ich in einem Video erklärt, wie ihr in 120 Sekunden so ein Wallet erstellen könnt. Und wenn ihr dann auf Sende-Ether oder Sende-Tokens geht, könnt ihr hier jetzt eben euren Trezor anklicken und mit eurem Trezor das Ganze verbinden. Und schon würdet ihr sozusagen mithilfe dieses Sticks euch hier entsperren. Okay, und MyEtherWallet hat dann eben die Möglichkeit, online euch alle möglichen Stände an aktuellem Guthaben zu zeigen, zum Beispiel Ether oder alle möglichen ERC-20-Token wie Tenex, also die Pay-Token oder Omisego oder, oder, oder. Es gibt sehr viele Token, die da runterfallen und die könnt ihr eben ganz entspannt bei MyEtherWallet anschauen und eben verwalten. Sobald ihr den Stick dann wieder rauszieht, ist die Seite quasi wieder geschlossen und das Ganze ist wieder gesichert. Denkt immer daran, wenn ihr diesen Stick verwendet, dass ihr ihn nicht einfach dranlasst am Computer, sondern ihn nach dem Vorgang auch wieder rausnehmt. Okay, das war also eben zuletzt. Ja, welche Coins unterstützt werden? Das ist nochmal zusammenfassend. Fast jeder, den wir hier aufgelistet sehen, allerdings sind einige von ihnen nicht anzeigbar auf dem Trezor an sich, sondern eben bei MyEtherWallet. Ja, das letzte Thema wäre jetzt nur noch, wie kann ich euch noch weiterhelfen? Ihr habt zum Beispiel bei mir in meiner Videoreihe ein Unboxing vom Ledger Nano S. Da zeige ich euch mal Schritt für Schritt, wie ihr das Ganze ganz einfach und simpel in die Hand nehmt und anfangen könnt, die ersten Schritte. Darüber hinaus ganz genau, Step by Step, wie ihr das Ganze installiert. Und ich zeige euch in einem anderen Tutorial, zum Beispiel, wie ihr in 120 Sekunden ein MyEtherWallet erstellen könnt und eben auch ein paar Funktionen dazu. Ja, ich danke euch. Das war es schon an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe jetzt hier in der Beschreibung die Links dazu, zu den Hardware Wallets. Einfach raufklicken und direkt auf die Seite kommen, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Die Preise waren bei dem Ledger bei 79 Euro und bei dem Trezor waren wir bei 99 Euro. Es ist, wie gesagt, eine Einstellungssache, welche euch besser gefällt. Beide erfüllen ihren Zweck und sind sehr, sehr sicher. Aber ich glaube, insgesamt können wir festhalten, dass es, glaube ich, unumgänglich ist, wenn man seine Coins wirklich sicherer speichern oder sicherer aufbewahren möchte, dass man sich ein externes Wallet zulegt. Und ich glaube, auch die Investition ist es wert, wenn wir mal überlegen, was wir da teilweise für Geld investieren, für unsere Coins. Und es wäre einfach nur schade, wenn sie irgendwie aus irgendeinem Grund von einer Börse weggehackt werden. So habt ihr es so ein bisschen selbst in der Hand im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, das ist meine Einstellung dazu. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder bei meinem neuen Wochen Report. Ich wünsche euch wie immer einen richtig, richtig geilen Abend und bis morgen. Ciao! Ciao!